und damit hallo und herzlich willkommen hier auf wöpnv simulation ich bin zu der bio begrüße euch ganz herzlich zu dieser kleinen news die heute hier früh erschienen ist oder die jetzt erscheint ich weiß es nicht lassen wir uns überraschen und zwar betrifft es natürlich den lotus simulator wieder und spieler die bereits schon so ein bisschen unterwegs waren in lotus und vielleicht mal so sich mal so diese einzelnen fächerchen oben rechts angeschaut hat der wird diese meldungen bekommen haben save the date am 6 10 2019 hannover wehmingen da wurde natürlich schon heiß viel spekuliert ankündigung von neuen dnc ist das street of lotus eventuell erscheint oder es wurde wirklich viel spekuliert ja zum beispiel auch kai fahrzeuge oder 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 lotus hat jetzt in den letzten stunden die bombe platzen lassen sage ich jetzt mal auf gut deutsch und zwar handelt es sich hierbei um ein kleines lotus fan treffen das ganze findet im hannoverschen straßenbahnmuseum statt am 6 10 2019 von 11 bis 17 uhr und die leute die natürlich hier ein bisschen gerätselt haben haben natürlich recht gehabt street of lotus wird also offiziell vorgestellt für den lotus simulator also das heißt bus fahren zukünftig jetzt auch hier im lotus sind wir eine großartige sachen zudem könnt ihr natürlich euch den mann doppeldecker schon anschauen und selbst natürlich auch hand anlegen mit vr oder ohne vr und was ich natürlich ein absolutes highlight finde ist wir können hier exklusiv auch nur auf diesen festival da auf dem simulator treffen können wir oder findet eine box verkauf statt also wenn ihr nicht nur digital kaufen wollt sondern vielleicht euch das ganze jetzt eine box kaufen möchte könnt ihr das natürlich denn dort tun zusätzlich können wir aber noch weiteres sehen von rails of lotus und zwar können wir uns dort die karte tram düsseldorf anschauen fahrzeug und karte wir sehen neues von hamburg 78 bonner stadtbahn b-wagen werden wir da sehen können und den ersten ausschnitt der berlin m1 linie von hack ich mag zum zions kirschplatz also wer bock hat dahin zu fahren hannover liegt relativ schön zentral also das ist eigentlich keine weitere anreise von irgendwoher ob es jetzt nun hamburg ob es jetzt zu köln ist berlin ist das spielt alles keine rolle das liegt alles mega mega zentral ist natürlich oder herzlichst eingeladen zudem könnt ihr euch natürlich noch das ganze museum selbst anschauen ja also das ist jetzt nicht nur dass da jetzt so das stattfindet denn dort ist nämlich auch tag der offenen tür halt auch noch im hannoverischen straßenbahn museum mehr infos findet ihr dazu halt auf der website dazu wo das ganze jetzt halt wirklich stattfindet und wir werden versuchen auch da zu sein aber ich bleibe so ein bisschen inkognito ja um jetzt natürlich inkognito und wenn uns natürlich das ganze dementsprechend halt auch mal schon schon alleine weil mich das mega interessiert mit dem box verkauf wie gesagt am 6 10 2019 wenn er da zeit habt von 11 bis 17 uhr wenn wir uns natürlich freuen wenn wir uns da eventuell sehen ja vielleicht laufen wir aneinander vorbei weiß man ja nicht auf jeden fall wie gesagt streets of lotus kommt jetzt sowohl früher oder später jetzt auch für den noten simulator ich freue mich drauf und ja auch mal bin ich gespannt wie denn das ganze team denn von lotus so aussieht man ich selbst habe sie ja natürlich auch noch nicht wirklich gesehen so weit so gut das soll halt schon diese kleine kurze news sein ich dachte das können wir jetzt gleich bringen da müssen wir jetzt nicht bis zum wochenende warten und freue mich natürlich auch jetzt über kommentare von euch werdet ihr hingehen werden wir uns eventuell sehen dort in hannover denn schreibt es doch unten in die kommentare durch den daumen wenn euch das ganze video jetzt hier wieder gefallen hat und sonst würde ich sagen sehen wir uns also vielleicht dort auf dem festival ich würde mich freuen verabschiede mich hier sage danke fürs zuschauen tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten mal tschüss